Strom haben wir noch in der Hinterhand, Wasserüberschuss ist noch ein wenig da, sehr gut. Ich fahre mal hier hin und entlade mal alles. Entladen. Warum willst du nicht entladen? Achso, alles entladen bitte. Maschinenteile. So, und jetzt holst du das Metall und bringst es hier hin. Fahrt doch nicht mit den Dingern weg, Leute. So, 300 im Stromnetz. Jawoll. Die Kuppel wird endlich hochgezogen. Hier sind Sachen drinnen, das finde ich schon mal sehr gut. Sektor scannt. Anomaly found. Sport Güter. Anomaly hier oben. So. So. Oh Gott, der fährt immer noch. So. 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 Jetzt werden wir hier mal... Bauen wir Wohnraum Kuppel Apartment Erforsche Technologie Lochi We have a power shortage Steinsabfälle... Kein Strom? Was, 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 nein... Wir bauen erstmal noch eine Mö... Deponie hier... hin... So... Das heißt, die Steine mal hier wegkommen Vier Acht Vollgetankt ist... Hier ist noch Polymere... Maschinenteile... Und elektrische Geräte drin... Daher... Wir priorisieren mal... Rot... Äh... Hut... Das... Wohin... Jungs... Herr... Das ist das... Eine... Vighe... Oh, das ist das... So, wir brauchen unbedingt wieder einen Energieüberschuss, und zwar in den massiven. Ein kleiner Hover, der fährt und fährt. Wasserextraktor. Anomaly. So. Dann kannst du ja zurückkommen, denn hier war auch eine Anomalie. Wobei, komm, du kommst erstmal hier hin. Kleiner, du fährst erstmal hier hin. Ressourcen entladen. Immer raus mit dem Metall. Schön verteilen. Dann können wir eigentlich noch ein Universallager. Hier hin machen. Und ein Metalllager. Und ein Metalllager. Ja. 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 Und jetzt kannst du weiter… Quatsch. Ё. Wir kommen hier nach da. Sieht so aus. Meine Solarpanelen werden immer noch schön gebaut. Hier fehlt noch der Beton. Wasserüberschuss bei Null. Das ist ja nicht gerade viel. Verständliche Produktion. 2 Gestaltempfälle. Wenn nötig. Achso, ich kann automatisch mehr produzieren, wenn es sein muss. Sauerstoff. Ich speichere das Sauerstoff von dort. Sauerstoffbedarf. Perfekt. Ist das Ding jetzt endlich leer geräumt? Jawohl. Ich glaube, da schicke ich dich mal nach Hause. Du machst gerade nichts. Ah. Lieferst du es an zum Mut 1. Mut 1 ist der richtige dafür. Für den Job. Wir scannt da. Da. Sensor. Verstärkung. 30, 30, 30. 50. 50. So. Keine Nahrung geerntet. Ist mir egal. Ich brauche keine Nahrung im Moment. Beton haben wir noch. Es ist 63. 60. 90. Komm, ich glaub wir starten mal. Schon wieder, so, los, wir starten die Rakete, hop, ab dafür, jawoll, jawoll. So, hop, 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 nachschauen, ich wollte mal kurz hier schauen. Und schließen. Und schließen. Du hast jetzt noch nicht so viel Strom. Deshalb fährst du mal hier hin. Liefert endlich Beton hier runter. So, Jungs und Mädels, wir brauchen Beton. Wo sind meine ganzen Drohnen da? Du holst jetzt Beton. Du holst Beton. Oh, kein Strom. Kuppel ohne Strom. Sollte eigentlich Strom haben. Er sagt sie. Oh, oh, oh. Warum hab ich so megamäßig wenig Strom? Sektor gescannt. Welches Sektor war das jetzt? Was ist der da? Da, 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 30, 39, 50. Ich mach den noch. So. Tool jetzt immer noch auf. We have a power shortage. Ach, von mir aus. So. Jetzt fährst du mal da rüber und kontrollierst mal, was das für eine Anomalie ist. Das wir so extrem wenig Energie haben. Das kotzt mich an. Das hat mich in derkillzeiten Tresольck. Ach. 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 Fisch. Ach. Oh, zick. Nichts. Ich habe das Gefühl, meine Drohnen machen den ganzen Tag nichts. Hier wird nichts gemacht, da wird nichts gemacht. Die holen noch Beton. Sehr schön, wenigstens was. Da ist er. Du. 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 Du fährst hier hin und gehst weiter hier. Du. 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 Du.